Hallo zusammen beim FunCast. Mein Name ist Henrik und ich kümmere mich bei Funtales um alles Mögliche. Also vor allem um die Finanzen und um den Service und um Produktionsdinge. Und ich habe heute bei mir die Svantje, die sich normalerweise hauptsächlich um den FunCast kümmert. Und ich werde heute Svantje ganz viele Fragen stellen. Und die erste Frage ist, war das Intro so, wie du es gerne hättest? Es war perfekt, Henrik. Es war wunderschön. Sehr gut. Ja, ich werde jetzt hier einfach mal so ein bisschen anfangen loszufragen. Und du erzählst uns dann ein bisschen über dich und deinen Alltag bei Funtales. Was hältst du davon? Ja, ich meine, jetzt komme ich ja auch nicht mehr raus. Aber dadurch, dass ich sonst immer die Fragen frage, ist, glaube ich, mein Bereich ein bisschen unterbeleuchtet. Deswegen ist das eine gute Idee, denke ich. Ja, okay. Du beginnst ja auch immer mit einer Frage, die erstmal nichts mit dem Podcast-Thema zu tun hat. Oder manchmal schon. Ich habe jedenfalls eine, die mich interessiert. Und zwar, wenn du dir jetzt ein Reiseziel aussuchen könntest, irgendwo auf der Welt. Und es zählt keine Antwort wie, ja, ich bin eigentlich ganz happy hier bei mir. Es muss irgendwas Exotisches sein. Ein exotisches Reiseziel. Okay. Das ist, aber das widerspricht ja den Prämissen. Ich verreise einfach nicht gern. Aber ich muss jetzt verreisen. Ich muss jetzt los und Spaß haben, ja. Ja. Mit deinem Hochschlag irgendwo in die Ferne. In die Ferne muss es sehr weit weg sein. Ja. Ui, ui, ui. Also, ich glaube, ich mag Küsten. Das habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Und ich bin gerade in einer Phase meines Lebens, wo ich Möwen vermisse und Wind und Regen und Überflutung, Sturmfluten. Und wahrscheinlich würde ich dann irgendwo, wo es so richtig Hardcore-Küsten-mäßig ist, weiß ich nicht, Küsten von Schottland, ist das exotisch genug, Norwegen, Nordnorwegen, wo es so richtig Kacke ist. Und da will keiner hin und keiner geht mir auf den Sack so einen Ort, so irgendwo, wo es richtig kalt und doof und einsam ist und keiner ist da. Und ich kann den ganzen Tag aufs Wasser gucken. Und Möwen zuhören beim Schreien. Okay, wir lassen Schottland irgendwo in, oder Norwegen, das, das, okay, das beantwortet meine Frage. Das ist erlaubt, ja. Ja, ist exotisch genug. Ich merke gerade sofort, dass ich nicht genug Struktur in meine Vorbereitung gesetzt habe. Aber wenn es, aber das ist vielleicht schon mal eine gute Überleitung, denn du hast sehr viel Struktur. Und eine meiner Fragen ist, du planst ja sehr weit im Voraus die Sachen, die du tust. Erstmal musst du uns erzählen, was tust du überhaupt? Was ist ein 20-Tagesablauf? Wann geht's los? Ich schlafe immer. Und wenn ich aufwache, ist 20 auf jeden Fall schon da. Aber ich glaube, das geht bei allen anderen auch. Deswegen, wann startest du? Wann starte ich? Also mein ganz, so ein Alltagstag, Tagestag. Ich stehe auf um 6.30 Uhr, wie jeder gute Bürger. Ich bin ein Frühaufsteher. Das habe ich vielleicht auch schon mal erwähnt. Und ich gehe früh schlafen. Und dementsprechend fange ich, ich mache dann auch Sport und mache Dinge morgens, was so gemacht werden muss, wenn man erwachsen ist, fange so gegen 9 Uhr an. Das ist wahrscheinlich dein Früh. Das ist mein Früh. Das ist früher als, ich glaube, ich fange meistens um 10 Uhr an. Deswegen, du bist immer schon da. Aber es hätte auch sein können, dass du schon um 5 Uhr startest, weil... Das hättest du mir zutrauen können. Ja, ja, genau. Nee, nee, ich habe auch noch andere Sachen in meinem Leben, die gemacht werden müssen. Nein, ich fange nicht um 5 Uhr an zu arbeiten. Dann, was mache ich denn? Dann arbeite ich meist bis zur Mittagspause für Funtales durch. Manchmal auch länger, manchmal kürzer, je nachdem. So genau kann man das immer nicht voraussehen, weil Menschen plötzlich aus dem Bus springen und was wollen. Das passiert regelmäßig. Dann nachmittags mache ich was für die Uni. Und dann gehe ich irgendwann schlafen. Okay. Und das ist mein Tag. Für viel mehr ist nicht Zeit. Ja, aber dann lass uns die Zeit zwischen 9 und Mittagspause angucken. Ja. Die Funtales Zeit. Wie sieht da dein Ab... Also, was machst du in diesen Stunden? Wow, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben Überschreidungen. Wir treffen uns ja immer mal wieder irgendwo. Und du fragst mich, ob ich ein Musterexemplar verschicken kann. Oder ich frage dich, ob du Grafiken an irgendwen schicken kannst. Du fragst mich jetzt so nach meinem normalen Aufgabenbereich wahrscheinlich, was ich so mache. Aber ja, das ist immer sehr unterschiedlich. Kann man sich vielleicht denken. Ich mache ganz oft irgendwas mit Texten. Das ist immer so phasenabhängig. Also, immer wenn irgendwo was geschrieben wird, gucke ich es mir mindestens einmal an oder habe es selbst gemacht. Das ist so ein Ding. Alles, was mit so... Das ist ja Copywriting im gröbsten Sinn. Also, alles, was mit Produkttexten zu tun hat. Aber auch das, was in der Anleitung steht. Ich schreibe die Anleitung nicht, um Gottes Willen, aber ich gucke mir die halt auch an. Das ist auch Zeit. Das dauert ganz schön lang, wenn man das ordentlich macht. Das ist eine Aufgabe. Dann kümmere ich mich um Social Media, um die Newsletter. Da kommt alle zwei Monate, weil ich es nicht öfter schaffe. Aber so ist es wenigstens nicht nervig, alle zwei Monate. Was mache ich noch? Ich mache alle möglichen Konversationen mit Pressemenschen, mit Leuten, die irgendwelche Bildungseinrichtungen betreuen, öffentliche Spielevereine. Das mache ich. Dann denke ich mir natürlich hoffentlich tolle Sachen für die Messen aus. Mindestens für die BerlinCon und für Essen. Das fällt aber gerade unter den Tisch durch die Uni. Das schaffe ich nicht. Zu wenig Zeit. Was mache ich noch alles? Ach, er muss da Exemplare verschicken. Ich weiß gar nicht, was ich alles mache. Ich nehme irgendwelche wilden Let's Plays auf. Das habe ich gestern gemacht mit Michael. Den Podcast, der will auch vorbereitet werden. Diesen musste ich nicht vorbereiten. Das war sehr angenehm. Und alles mögliche in Zukunft planen. Dadurch, dass ich wenig Zeit habe, bin ich halt auch sehr unflexibel. Ich bin wie ein Stein. So unflexibel. Und ich muss immer alles mindestens drei Wochen im Voraus wissen, wenn ich das irgendwie in meinen Tagesablauf bekomme. Das ist auch Zeit, dass man das irgendwie so managt sein ganzes Leben, dass man auch irgendwie alles schafft. Und in 20 Minuten fällt mir bestimmt noch weiterer Stuff ein, den ich so mache. Aber das ist, glaube ich, die Hauptsache. Ich habe direkt vier Fragen, die ich mir ausgeschrieben habe, die darauf folgen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt am besten weitermache. Strukturiert, Henrik. Strukturiert, genau. Wir bleiben bei Struktur. Damit habe ich eben schon angefangen. Wie weit im Voraus planst du Dinge? Also sowas wie die Social Media Posts, weiß ich. Die stehen zum Teil Tage, Wochen im Voraus schon fest. Ja. Ui, also. Auch. Ja, also ich habe immer Angst, dass ich plötzlich von einem Stein getroffen werde und plötzlich vier Wochen nicht arbeiten kann und dann alles irgendwie durcheinander gerät. Und es mir dann nach meiner Erkrankung alles über den Kopf wächst. Da wache ich manchmal schweißgebadet von der Vorstellung. Deswegen plane ich viel im Voraus, damit ich auch mal krank sein kann. Da kann ja vieles passieren. Manchmal schafft man es nicht. Was auch immer. Ich habe eine Themenplanung für Postings. Dadurch, dass, also, also, es ist so. Wir planen unsere Postings in einem Content-Management-System, wie ja eigentlich jedes Unternehmen. Das ist aber so ein bisschen fehleranfällig. Deswegen bereite ich die vorher vor. Ich lege die irgendwo ab, die Themen und die Texte und die Bilder und so. Und dann plane ich sie meistens erst irgendwie in der Woche, wo es wirklich drauf ankommt, damit die ganzen Sachen nicht in dem System liegen, sondern auf meinem OneDrive in diesem Fall. Das plane ich und das plane ich sehr weit im Voraus, damit im Zweifelsfall ich sagen kann, hier ist der Link zum OneDrive-Ordner. Hendrik, du machst das jetzt. Go for it. Du musst das nur, copy, paste, du schaffst das. Abfahrt. Das ist alles vorgeplant. Und für den Podcast natürlich nehmen wir im Voraus auf. Im Voraus nach oben. I can't talk. Ja. Das machen wir. Die liegen dann natürlich in den Plattformen, wo sie dann auch veröffentlicht werden. Und dann die Thumbnails und die Posting-Grafiken und so. Die mache ich immer gleich, wenn wir den Podcast aufnehmen. Also da haben wir, je nachdem, wie weit wir im Voraus sind, ein, zwei Monate, die Grafiken schon fertig. Und die ganzen Themen für den Podcast, die liegen in so einem wilden Dokument, in das die Leute dann reingucken können. Das ist auch vorgeplant. Da gibt es auch eine Tabelle für die Planung. Es gibt sehr viel Planung. Sehr viel Planung, sehr viel Struktur. Hoffentlich. Das ist gut. Und andere Frage, weil du eben die ganzen Sachen aufgezählt hast, die du machst. Was davon machst du am liebsten? Was ist deine Lieblingsbeschäftigung bei deiner Arbeit für Fun-Tails? Am allerliebsten. Am allerliebsten. Wenn ich, oh je. Manchmal hat man so Aufgaben, wo man sehr viel nachdenken muss. Das ist aber unabhängig davon, was man da eigentlich gerade macht. Zum Beispiel musste ich mal so eine PDF erstellen. Das konnte ich natürlich nicht. Das musste ich neu lernen. Da muss ich sehr viel nachdenken. Das empfinde ich als sehr befriedigend. Wenn ich denke, oh mein Gott, ich schaffe das nicht. Und dann weiß ich mich da irgendwie. Ja, genau. Weiß ich mich da drei Tage durch und dann habe ich es doch geschafft. Das ist gut. Aber das ist auch, als ich Blad on the Clock Tower Proof-Readen musste. Das war weniger ein Intervalltraining als ein sehr, sehr langer Dauerlauf. Da habe ich gedacht, oh, also da muss man halt so konzentriert sein. Da dachte ich, oh, schaffe ich das? Da habe ich das den ganzen Tag gemacht, diese Texte zu lesen. Und ich habe nach sowas wie Komma-Fehler gesucht oder irgendwelche Inkonsistenzen oder sowas. Und das ist so Püker-Arbeit. Und das durchzuhalten, da dachte ich auch. Aber so im Nachhinein fand ich es gut. Es war anstrengend. Es war schon ein bisschen schrecklich. Und es war gut. Ja. Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Weil ich habe erst auch übersetzt und dann auch geproof-readed. Und das ist so, man muss so sehr lange, sehr intensiv arbeiten. Und dann im Nachhinein denkst du so, alter, habe ich jetzt hart geackert. Aber man fühlt sich so ein bisschen stolz, wenn man es dann geschafft hat. Das war auf jeden Fall bei mir so. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ganz kurz ein Satz. Was machst du nicht so gern? Ich mag Meetings nicht. Okay. Also, wir haben ja unseren Morningtalk zweimal in der Woche. Und das ist cool, weil man muss ja auch wissen, was die anderen Leute machen. Und man hat ja auch irgendwie soziale Interaktionsspielräume zwischeneinander. Also, ich mag meine Kollegen und ich will auch wissen, ob die noch leben und so. Aber es gibt manchmal so, es gibt ja Leute, die so Sachen in Teamarbeit machen. Und wir machen zusammen eine Mindmap. Und so, Vollkatastrophe. Ich versuche schon produktiv zu sein, aber ich denke mir so, am liebsten hätte ich es, wenn ich jetzt alleine nachdenken könnte. Und dann gebe ich euch meine Ergebnisse und dann redet ihr einfach darüber. Und ich gehe. Ja, okay. Aber also, am wohl doch, das gibt's bei mir. Ich hab das selten, dass ich in irgendeinem Meeting sitze, wo wir Mindmaps machen. Ja, hab ich schon mal eine Mindmap gemacht. Ich weiß es nicht. Es passiert auch Gott sei Dank selten, dass man, die Menschen, die hier arbeiten, kennen mich ja auch. Und denen fällt da nicht plötzlich ein, boah, das waren wir nicht hier zwei so ein Teamarbeit machen. Nee. Das ist doch dein Ding. Das passiert eigentlich nicht. Aber manchmal ist man gezwungen, Sachen auszudiskutieren. Und das fängt schon bei kleinen Sachen an, wie irgendwie, weiß ich nicht, wann treffen wir uns zum Bowling spielen. Oder so. Ja. Nicht so meins. Okay. Ich verstehe. Was ich eben auch noch, als du aufgelistet hast, was du alles machst, was da noch so kam, war, das klingt nach ganz schön viel. Ich glaube, du hast ziemlich viel zu tun. Also das ist auch das, was ich mitbekomme. Ich weiß, dass du viel zu tun hast. Und dazu zwei Fragen. Wann hast du das letzte Mal nicht viel zu tun gehabt? Kindergarten? Ich weiß es nicht. Das liegt aber, das klingt jetzt so gemein, als würde man mir das irgendwie aufbürden oder so. So läuft es nicht. Ich tendiere auch einfach dazu, mir viel Beschäftigung zu suchen. Ich dreh schnell durch, wenn mir langweilig wird. Und dementsprechend sieht mein Leben halt auch aus. Und das hat angefangen in der Schulzeit. Dass ich irgendwie zur Schule gegangen bin und gearbeitet habe und ein Instrument gelernt habe und alles Mögliche gemacht habe. Und das hat einfach nie aufgehört. Und bei Funtales geht es weiter. Du machst einfach hier noch, da noch und es ist einfach viel. Ja. Schon, ja. Okay. Okay, okay. Jetzt, angenommen, du hättest mehr Zeit bei Funtales. Du könntest noch mehr arbeiten. Wow. Nice. Ja. Also, wo würde das alles reinfließen? Die ganze Zeit? Ja. Ich glaube, dass ich das, was ich jetzt, also meine Arbeitstage sind sehr auf Effizienz ausgelegt. Also ich habe sehr viel, zum Beispiel habe ich Vorlagen für alle möglichen Postings. Die habe ich einmal sehr intensiv gemacht und jetzt pöpple ich das da immer nur noch rein, um halt im Alltag Zeit zu sparen. So mache ich das auch mit vielen Arbeitsabläufen. Also viel ist auf Effizienz ausgelegt und darauf, dass es nicht so lange dauert. Und dazwischen sind auch nicht viele Lücken. Also, als wir den Laurin hier hatten, den Praktikanten, da war ich einfach komplett überfordert. Und der hat nicht viel Zeit von mir abgeknapst. Der war sehr genügsam und nachsichtig mit mir. Aber sobald da irgendwas aus dem Fugen gerät, kippt alles. Jetzt habe ich den Faden verloren. Kannst du die Frage nochmal stellen? Womit du deine zusätzliche Zeit füllen würdest. Okay. Ich würde es natürlich freie Räume lassen für so Sachen, die unerwartet kommen. Aber das ist sowieso ein Werkstudentenproblem, glaube ich, dass man immer sehr viel tut in sehr wenig Zeit. Das kennen wahrscheinlich auch viele, die Teilzeit arbeiten. Dass es immer so ein bisschen so ein Selbstbetrug ist mit der Teilzeit. Dann würde ich natürlich Dinge größer machen, die ich jetzt sowieso schon mache. Ich habe so viel Lust, Dinge zu lernen und auszuprobieren. Dafür habe ich einfach gar keine Zeit mehr. Also irgendwas zu lernen, was ich noch nicht kann oder irgendwas auszuprobieren. Das funktioniert gerade einfach nicht so. Und das fände ich cool. Und Sachen, wo ich jetzt so halb mitarbeite, also inoffiziell irgendwie. Und das mache ich auch immer so nebenbei. Das würde ich gerne dann richtig so offiziell in meinen Arbeitsalltag integrieren. Das ist jetzt meine Aufgabe. Sag ich mir Bescheid, wenn ich mich darum kümmern soll. Dann weiß ich, wo mein Platz in dem jeweiligen Arbeitssystem ist. Und dann kommt es nicht plötzlich, dass irgendwer ist. Oh, eine Spieleinleitung. Sie ist plötzlich fertig. Kannst du sie lesen? Und dann bin ich so, ja, kann ich. Aber das erfordert Opfer. Es müssen mindestens drei Lämmer geopfert werden. Und ich muss zum Sonnengott beten. Ja. Ja, und eigentlich musst du das drei Wochen vorher wissen. Ja, mindestens. Das ist ja eigentlich die Regel. Okay. Wir machen, weil ich, es gibt so ein paar Sachen, die ich mich einfach frage. Und ich glaube, die könnten dann auch interessant sein für andere. Ja. Und zwar zu Dingen, die du tust. Thumbnails. Das ist in letzter Zeit irgendwie, fällt der Begriff häufiger. Ja. Ich glaube, Thumbnails sind wichtig. Oder die Bedeutung. Ihnen wird in letzter Zeit noch mehr Bedeutung zugemessen. Bei deiner Planung. Kann das sein? Nö, eigentlich nicht. Ich habe einmal. Nö. Aber also, ich habe das Gefühl, der Begriff fällt häufiger. Ja, das ist, weil ich dauernd welche mache. Also, ich habe mich einmal hingesetzt und versucht, sinnvoll Thumbnail-Templates zu erstellen, die irgendwie zur Firmenoptik passen und so weiter, wo ich irgendwie schnell auch Leute reinkriege, ohne dass ich jetzt irgendwie mir einen Ast abbrechen muss. Dass ich da, ja, so technische Sachen, ohne dass ich da jetzt irgendwie drei Jahre irgendwelche Haare ausschneiden muss oder so. Und die Leute müssen gut beleuchtet sein, sowas alles. Muss halt schnell gehen. Das hat einmal lange gedauert. Das stimmt. Und dadurch, dass wir jetzt jede Woche einen Podcast haben und halt die Let's Plays, die auch wöchentlich sind, mache ich halt mindestens zwei Thumbnails in der Woche. Und die müssen ja auch eingefügt werden. Und dann mache ich auch die Texte für die Postings und für YouTube und so weiter. Und das ist immer ein Aufwasch. Wenn ich Thumbnail sage, meine ich machen, speichern, dann meistens die Leute bearbeiten, die haben dann irgendwelche Pickelchen oder sind einfach schlecht beleuchtet oder was auch immer. Dann will da eine Hintergrundgrafik rein, dann packe ich das bei YouTube rein, dann kommt da ein Text zu. Dann plane ich das. Dann gucke ich, dass das alles in den Schedule, in den Stundenplan, sagen wir es auf Deutsch so, in den Contentplan passt. Ja, genau. Ob das da alles reinpasst. Ob ich alles richtig gemacht habe, dann packe ich die in den Playlists, sowas alles. Okay. Das heißt, Thumbnail ist so ein bisschen das Codewort für alle möglichen Dinge, die dazugehören. Ja. Kurz zusammengefasst. Ja, aber das Thumbnail an sich ist jetzt, es ist mehr der Rattenschwanz, der da dran hängt. Okay. Was anderes sind ja die, also manche Thumbnails kommen ja dann auch als Social Media Posts oder da gibt es auch eine Überschneidung. Ja. Ich glaube nicht, aber wenn du jetzt einen Social Media Post anfertigst, dann fängst du an und dann kommt erst mal eine Grafik. Dann, wie läuft das ab für so einen durchschnittlichen Instagram-Post? So ein durchschnittlicher, also ich mache immer ein Posting für Facebook und Instagram. Manchmal passe ich die individuell an, zum Beispiel heute habe ich einen gemacht für Obscureans, die kennt ihr vielleicht. Da schreibe ich so Kurzgeschichten zu den Auftraggebern aus Obscureans. Obscureans ist unsere Neuheit für Essen 2024. Guckt mal vorbei, auf unserer Website könnt ihr euch informieren. Und da poste ich manchmal so diese Auftraggeberkarten und denke mir da so eine Geschichte zu den Spielmechaniken, die die halt mitbringen, damit man da so ein Gefühl bekommt. Und das ist irgendwie so die Stimmung, ihr kennt das Spiel ja nicht, ihr kennt die Stimmung des Spiels nicht. Noch nie gespielt. Und da versuche ich so ein bisschen die Stimmung rüberzubringen, so Kurzgeschichten. Die schreibe ich dann. Auf Deutsch und auf Englisch, oder? Ja, genau. Aber es gibt ja, also ich schreibe das nicht frisch auf Englisch, ich übersetze das. Und dann gucke ich, ob es irgendwo super schrecklich klingt und dann arbeite ich da nochmal drüber und so. Das tue ich, das ist aber nicht immer so aufwendig, dass ich da irgendwie einen übelst langen Text schreibe. Manche hören sind auch nur ein paar Worte. Dann, die Grafik liegt meistens im OneDrive, die packe ich dann bei Photoshop rein, passe die an, exportiere die und so weiter. Das ist auch immer unterschiedlich. Manchmal mache ich auch eine Grafik fertig bei Photoshop. Also, dass ich irgendwie, ja, was zusammenpöpple. Zum Beispiel aus den Thumbnails dann ein Posting zu machen. Das mache ich. Manchmal machen Leute auch Videos sehr engagiert. Und dann ist natürlich die Frage nach Hashtags bei Instagram. Je nachdem, ob das so ein Produkt-Related-Post ist oder eher so ein thematischer Post. Gucke ich, braucht das überhaupt Hashtags? Braucht das keine Hashtags? Was für eine Hashtags braucht das? Das ist immer sehr unterschiedlich. Also, wenn ich zum Beispiel so ein thematisches Posting mache zu Obscurians, dann ist das mehr für die Leute, die uns sowieso folgen, die sich für das Produkt interessieren, die irgendwie wissen, was für eine Stimmung ist da. Da geht es nicht um irgendwie darum, neue Leute irgendwie darauf aufmerksam zu machen, weil das schon sehr nischig ist irgendwie im Produkt. Aber wenn ich ein Produkt vorstelle, mache ich natürlich ein ganz anderes Posting. Also, das fällt da alles mit rein. Ich gucke, für wen ist das? Wie generiere ich irgendwie die Reichweite, die das Posting irgendwie produktiv macht? Mache ich eine Story? Mache ich einen Post? Mache ich einen Reel? Was auch immer, was passt dazu? Was schaffe ich auch in der Zeit, die ich irgendwie habe? Das da denke ich natürlich vorher drüber nach, in der Planungsphase, die Content-Planungsphase. Und dann pubblicke ich das ins Content-Management-System, plan das, gucke irgendwie, wann sind viele Menschen aktiv, die der Zielgruppe entsprechen für dieses Posting. Das ist natürlich Erfahrungswerte. Manche Sachen poste ich vormittags, manche nachmittags, je nach Wochentag, je nach Interessengebiet. Und so weiter. Manchmal gibt es da noch Verlinkungen, die nicht funktionieren, die machen mich aggressiv und klauen mir ganz viel Mindspace dann. Da gucke ich mich dann auch drum. Ja, das ist so ein Posting. Und oft ist es auch so, dass irgendwer von meinen Kollegen möchte, irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe dieses Video gesehen, da wird SpielX erwähnt. Und da gucke ich mir erst die Videos an, gucke, lohnt sich das für Content? Ist das interessant für Menschen? Manchmal sammle ich Rezensionen, manchmal nicht. Manchmal ist dann jemand traurig, weil ich sein Video nicht auf Social Media benutzt habe. Ja. Das gehört da auch mit rein. Okay. Und dann reagieren ja Leute bestimmt auch viel auf den Social Media Kanälen. Und ich weiß ja, ich mache ja die Service-Mails und die kommen rein und dann setze ich mich irgendwann morgens mal hin und dann schreibe ich die, beantworte die. Ich habe das Gefühl, bei Social Media ist das ähnlich. Da kommen auch viele Sachen rein. Aber ich habe das Gefühl, Leute wollen da schneller eine Antwort. Ja. Und ich habe das Gefühl, du bist schnell. Du antwortest schnell und viel und bist auch nicht nur zwischen, wann war das, neun und Mittagspause auf Instagram aktiv, sondern manchmal kommt dann auch abends um 20 Uhr, wird eine Story gerepostet. Oder es wird, genau. Stimmt das? Ja, das ist, glaube ich, das Gemeine an Social Media, wenn man das irgendwie als Arbeit macht. das man nie so richtig frei hat. Das hat aber, also, also, die Geschichte ist, bei Social Media kann es ja dadurch, dass es ein soziales Medium ist, kann es ja auch mal passieren, dass irgendwer ganz doll unzufrieden ist und dann plötzlich irgendwo in den Kommentaren komplett upraged. Und wenn das natürlich dann irgendwie zwölf Stunden unbeantwortet im Internet steht, ist das blöd für ein Unternehmen. Also ich möchte das nicht, dass irgendwer uns irgendwie schreibt und super unzufrieden ist und dann erst irgendwie zwölf Stunden oder 24 Stunden später eine Antwort kriegt, weil ich halt einfach nicht öfter arbeite. Und da will ich mich drum kümmern. Und das passiert natürlich, wenn andere Leute frei haben. Wenn wir hier Weihnachtsurlaub oder Wochenende oder so, dann werden die Leute wütend und wollen dann unbedingt Hilfe. Und dadurch gucke ich da natürlich auch oft rein, weil ich nicht will, dass irgendwie da jemand unglücklich ist und dann alleingelassen wird. Genauso kann ja auch jemand super happy sein, irgendwas posten. Und dann muss man das aber innerhalb von 24 Stunden reposten. Sonst ist es furcht. Und die Leute, die sich irgendwie freuen oder irgendwie einfach nette Sachen schreiben, die machen das auf Social Media natürlich auch, weil sie schreiben ja nicht eine Service-Mail, sondern über einen Direct-Messenger in dem Fall. Und manchmal schreiben Leute auch so, hey, guck mal, ich habe hier irgendwie gerade dies und das gespielt oder ich habe gerade den Podcast gehört und weiß ich nicht, ihr seid ja total nett und so. Und wenn man dann irgendwie so nach drei Tagen antwortet, finde ich das auch nicht so cool. Das ist halt, Social Media ist halt eine soziale Plattform und da ist die Kommunikationsfrequenz halt höher als bei E-Mails. Das stimmt, genau. Das war aber auch, genau das meinte ich. Wir müssen die Zeit im Auge behalten. Das muss ich als Podcast-Moderator natürlich gewissenhaft machen. Vorher möchte ich noch eine letzte Frage aber dir stellen. Ist dir jetzt was zu kurz gekommen? Irgendwas, wo du denkst, das wurde gar nicht beleuchtet jetzt in meiner Podcast-20-Folge? Also das war ja sehr allgemein so, was ich überhaupt mache. Da haben wir auch noch nie so richtig drüber geredet. Ja. Ganz am Anfang mal. Andreas hat mal eine Folge gemacht, wer ist dieses Wann hier überhaupt oder so heißt die. Aber was ich hier überhaupt tue, ja, finde ich nicht so oft. Findest du, das ist ganz gut beleuchtet jetzt, was so dein Aufgabenbereich ist? Ich finde, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde, dass dieser Kommunikationsbereich, also vor allem im Brettspielunternehmen, also diese ganze Kommunikationsgestaltung, was da auch alles dran hängt, ist in seiner Professionalität, finde ich, ein bisschen unterbeleuchtet. Also was da überhaupt alles reinfließt und was man da alles bedenken muss und wie, also dass das einfach eine Profession ist. Das ist so wie Copywriting zum Beispiel komplett, also finde ich, im Vergleich zum literarischen Schreiben, sehr unterbeleuchtet ist. Was das überhaupt für eine Profession ist und was man da für Übungen und Hirnschmalz reinpackt. Das wäre zum Beispiel ein ganz eigenes Thema, irgendwie Copywriting, was da überhaupt alles zugehört. Und so. Ich glaube, für die, for the future, ich bin ja jetzt offensichtlich auch noch total jung und noch nicht berufserfahren und lerne das alles noch und so. Ich bin gerade in so einer Phase, wo mir bewusst wird, dass das wirklich eine ernsthafte Profession ist und dass man auch ernsthaft Ahnung von Brettspielen haben muss, um das wirklich sinnvoll machen zu können, diesen Job. Und das sieht nach so viel weniger aus, als es ist für dich. Das war für mich eine krasse Erkenntnis, auch als ich bei Frosted Games das Praktikum gemacht habe. Bei Rosa, eine ganz großartige Frau, da war ich so schockiert davon, was sie eigentlich alles macht und kann und in der Hand hat und irgendwie managen muss und auch einfach können muss und wie viel Ahnung die von Brettspielen hat. Das hat mich richtig amazed und das ist gerade, glaube ich, so der Stand, in dem ich so mich befinde. Da würde ich irgendwann mal gern mehr drüber reden. Okay. Vielleicht in einer zukünftigen Podcast-Folge, wo ich dich wieder ausquetschen darf. Aber das ist ein Thema für die Zukunft. Ja. Weil wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde gequatscht. Genau, eine halbe Stunde. Du bist perfekt in der Zeit. Toll. Und ich habe es schon angekündigt, ich würde dich jetzt fragen, angenommen, du müsstest einen Podcast, einen Funcast ausmoderieren. Wie würdest du das machen? Ja. In diese Gesprächsecke lasse ich mich gar nicht manövrieren, Henrik. Nein. Nee, nee, da das ja hier ein Podcast über mich ist, würde ich sagen, Henrik, für ein bisschen Abwechslung, probier doch mal. Okay. Und dann kannst du mich korrigieren, wenn ich Dinge vergesse oder falsch sage. Eigentlich machen das alle Menschen immer super. Die denken nur immer, das ist irgendwie Hexenwerk und ich musste vorher irgendwie einen Tanz aufführen. Ja, ich kann keinen Tanz aufführen jetzt. Das geht nicht. Kannst du. Versuchst du nur. Also, vielen Dank fürs Zuhören, alle zusammen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Folge, wo Svanchen mal auf der anderen Seite des Mikrofons saß. Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr uns folgen oder weitere Folgen euch anhören. Ihr könnt uns auf Social Media besuchen. Ihr könnt uns auch bei uns im Webshop besuchen unter funtales.de slash shop zum Beispiel. Aber auch andere Seiten unserer Webseite sind interessant. Zum Beispiel gibt es da Blogposts. Über die hast du gar nicht so viel gequatscht. Die habe ich ignoriert. Ja, die sind auch noch da. Die Newsletter. Ne, den habe ich kurz erwähnt, ja. Ja, mit dem Newsletter könnt ihr euch auch anfreunden. Den könnt ihr abonnieren. Ja, gibt es sonst noch was, was ich erwähnen könnte? Das war toll, Henrik. Supi. Dann würde ich ein Schleifchen drum binden und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen im Podcast oder wieder hören. Tschüss.